Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Stunde in der Tour durch die organische Synthesechemie. Letzte Woche haben wir ja einmal damit begonnen, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir verschiedene funktionellen Gruppen ineinander umwandeln können. Denn wir haben ja gesagt, organische Moleküle sind im Prinzip nichts anderes als mit funktionellen Gruppen dekorierte Kohlenwasserstoffgerüste. Und die Umwandlung funktioneller Gruppen ineinander ist eine ganz wichtige Grundlage, wenn es darum geht, organische Moleküle zu machen. Denn wenn ich ein Gerüst zusammenbauen möchte, kann ich ja nicht immer zwingend die funktionelle Gruppe machen, die ich auch brauche. Das heißt, ich muss in der Lage sein, wenn ich eine funktionelle Gruppe irgendwo einführe, diese auch vielleicht später in eine andere umzuwandeln. Und da haben wir damit begonnen, dass wir uns einfach mal anschauen, wie man in einem Oxidationsgrad verschiedene funktionelle Gruppen ineinander umwandeln kann. Und da hatten wir gesagt, dass man quasi gerade in den Oxidationsgraden 1 und 3 immer sehr gut damit arbeiten kann, dass man nach Hydrolyse zur Stammverbindung und Aktivierung eigentlich alles herstellen kann, was man so möchte. Im Oxidationsgrad 2, da ist das Ganze eher so ein bisschen von der Thermodynamik und der Kinetik getrieben. Das heißt, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie kommen wir zu dem Produkt, das wir haben wollen, indem wir zum Beispiel ein Gleichgewicht verschieben und irgendwie diese thermodynamische, stabile CO-Doppelbindung kaputt machen, wenn wir vom Aldehydraketon weg wollen. Und dann das Produkt in irgendeiner Art und Weise entweder thermodynamisch oder kinetisch stabilisieren. Jetzt wollen wir uns einmal gemeinsam ansehen, wie wir zwischen den einzelnen Oxidationsgraden hin und her wechseln können und wie wir verschiedene Gruppen einzeln adressieren können, wenn wir mehr als eine funktionelle Gruppe im Molekül drin haben. Und da beginnen wir vielleicht einfach mal mit dem ersten Wechsel des Oxidationsgrades, der da systematisch einem ins Auge springt. Und das wäre der Wechsel vom Oxidationsgrad 0 in den Oxidationsgrad 1. Oxidationsgrad 0, da sind wir bei einem ganz normalen Alkan. Das heißt, da haben wir nur Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung und Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung. Und Alkane sind ja eigentlich tendenziell eher langweilige Verbindungen. Sie haben da eine Reaktion kennengelernt in der OC1, wie Sie solche Alkane funktionalisieren können. Und das ist die radikalische Funktionalisierung, zum Beispiel mit Brom- und Lichtbestrahlung. Dadurch erzeugen sie Brom-Radikale, die dann wiederum ihrerseits Alkyl-Radikale erzeugen und dann auf diese Weise zu einer Bromierung führen. Das klingt ja erstmal ganz nett. Bromide sind ja total wertvolle, funktionelle Gruppen. Aber solche radikalischen Halogenierungen haben ein fundamentales Problem, nämlich die Selektivität. Das Problem bei einer Kohlenwasserstoff-Verbindung ist, dass wir ganz viele Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen haben und alle theoretisch mit einem Radikal reagieren könnten. Das heißt, da selektiv die anzusteuern, die ich adressieren möchte, das ist gar nicht so leicht. Das heißt, das Problem bei dieser Strategie ist die Selektivität. Es gibt in der Tat so ganz moderne Synthese-Einsätze, das ist wirklich so Chemie des 21. Jahrhunderts, wo man sagt, okay, ich baue mir erstmal ein Gerüst auf und mache dann sehr selektive Funktionalisierungsreaktionen für CH-Gruppen und baue dann später meine funktionellen Gruppen ein. Da muss man aber sagen, gerade eben wegen diesem Selektivitätsproblem ist das wirklich, ich sage mal, Bleeding-Edge-Forschung. Wer sich dafür interessiert, dem möchte ich einfach mal einen Namen hier an die Hand geben. Das ist die Chemie von Phil Barron. Das ist sozusagen der chemische Enkel vom E.J. Corey. Phil Barron war ein Schüler von Casey Nicolaou, der seinerzeit ein Schüler von E.J. Corey war und ja, der steht in einer sehr starken Tradition von Synthese-Chemikern und einer von dessen Ansätzen ist, dass er sagt, okay, ich baue erstmal ein Kohlenwasserstoffgerüst auf und mache dann eine sogenannte Remote-Functionalization-Chemie. Das ist vielleicht auch noch ein Stichwort, was man sich dazu merken kann. Remote-Functionalization Aber wie gesagt, strategisch ist das, ja, ich sage mal Bleeding-Edge-Science. Ja, also das ist ganz toll, wenn das klappt und wenn Sie das zum Laufen kriegen. Aber das ist erstmal nichts, was ich jetzt als verlässliche Chemie bezeichnen würde, mit der Sie quasi heute Ihre Synthese planen, die Sie morgen durchführen wollen. Es gibt eine Ausnahme, wo Sie sehr, sehr gut radikalische Funktionalisierungen durchführen können. Und das ist einmal in der allylischen und in der benzylischen Position. Denn wenn Sie sich zum Beispiel mal diese Moleküle hier angucken, da haben wir einmal einen Kohlenstoff in allylischer Position und wenn wir das mit NBS und AIBN umsetzen, dann haben wir die Wohlziegler-Bromierung und können wunderbar selektiv hier neben der CC-Doppelbindung, die Position neben einer CC-Doppelbindung ist die allylische Position, dort können wir dann sehr schön einen Halogenit einführen. Und auch die benzylische Position ist in besonderer Weise für radikalische Reaktionen aktiviert, denn auch da sind Radikale gut stabilisiert. Und auch hier kann ich alle möglichen Funktionalisierungen durchführen. Zum Beispiel kann ich das einfach oxidieren mit Kaliumpermanganat und auf diese Weise zum Beispiel eine benzylische Methylgruppe zur Carbonsäure oxidieren. Der Grund dafür liegt in der thermodynamisch relativ hohen Stabilität der Radikale, die dabei gebildet würden. Wenn Sie ein Radikal bilden, dann haben Sie es ja mit einem sp2-hybridisierten Teilchen zu tun und das p-Orbital, in dem das freie Elektronenpaar drin sitzt, das kann sich natürlich wunderschön parallel zu den p-Orbitalen, die die Doppelbindung, entweder der CC-Doppelbindung oder des Benzolrings hier aufspannen, ausrichten. Und diese Konjugation der p-Orbitale, die stabilisiert das Radikal und grundsätzlich kann man sagen, Radikale, die thermodynamisch stabil sind, bilden sich vergleichsweise leicht. Das heißt, da haben Sie dann eine Position in Ihrem Molekül, die sich viel, 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 viel leichter in ein Radikal überführen lässt als alle andere Positionen. Und auf diese Weise können Sie das dann auch selektiv adressieren. Also bei der Wohlziegler-Bromierung geht wirklich nur der Kohlenwasserstoff die Reaktion ein, der direkt neben der Doppelbindung sitzt und nicht der, der irgendwo weiter weg sitzt zum Beispiel. Und auch hier die ganzen CH-Bindungen am Aromaten, da passiert nichts, sondern nur in benzylischer Position, also der Position neben dem aromatischen Ring. Gut, aber das, was für uns, für unseren Alltag erstmal wichtiger ist, ist die Umwandlung der funktionellen Gruppen von den Oxidationsgraden 1, 2 und 3. Und da schauen wir uns erstmal an, wie können wir denn den Oxidationsgrad steigern? Naja, dafür müssen wir eine Oxidation durchführen. Das können wir zum Beispiel machen, indem wir mit dem Alkohol anfangen und das mit einem Chrom-6-Reagenz oxidieren. Dann kommen wir erst einmal zum Oxidationsgrad 2, zum Aldehyd. Gut, es gibt eine ganze Reihe von Chrom-6-Reagenzien und ein Beispiel, das ich Ihnen mal hier mitgebracht habe, ist das sogenannte PCC. Das PCC ist das sogenannte Pyridiniumchlorochromat, das habe ich Ihnen einfach mal hier hingezeichnet. Das ist im Prinzip so etwas wie das Monosäurechlorid der Chromsäure. Und auf der anderen Seite haben Sie dann das Pyridiniumsalz gemacht. Und wenn Sie sich das hier einfach als Säurechlorid vorstellen, können Sie sich auch überlegen, was das mit einem Alkohol macht. Das macht nämlich dann einfach den Ester der Chromsäure daraus. Und das ist das Molekül, das dann im Folgenden oxidiert werden kann. Denn jetzt haben wir hier das Chlorid, was als Base hier unten ein H-Atom oder ein Proton abstrahieren kann. Und jetzt klappt das Elektronenpaar, was hier diese CH-Bindung gebildet hat, zum Sauerstoff hin. Und hier, das ist das, was die Oxidation macht, die Bindung, die vom Sauerstoff zum Chrom hin klappt und uns hier mit einer CO-Doppelbindung zurücklässt. Das heißt, wir brauchen in irgendeiner Art und Weise eine OH-Gruppe, die erstmal hier ans Chrom drangehen kann. Wenn wir das Ganze unter wasserfreien Bedingungen durchführen, dann haben wir diese OH-Gruppe nicht mehr, sobald wir beim Aldehyd angekommen sind. Das heißt, unter wasserfreien Bedingungen können wir mit einem Chrom-6-Reagenz ein Alkohol zu einem Aldehyd oxidieren und dann auch an dieser Position anhalten. Wenn wir das Ganze unter wässrigen Bedingungen durchführen, dann kann das Wasser als Nukleophil an den Aldehyd addieren. Wir machen ein tetraedrisches Additionsprodukt, ein sogenanntes Hydrat. Erinnern Sie sich an letzte Woche, haben wir darüber gesprochen, Stichwort Erlenmeyer-Regel. So ein Hydrat ist zwar nicht stabil, bildet sich aber im Gleichgewicht, wenn wir ein Aldehyd in Wasser geben. Und dieses Hydrat, das hat dann die OH-Gruppe, die dann eine zweite Reaktion eingehen kann und das gleiche Spiel nochmal machen kann. Und so kämen wir dann von dem Hydrat zu der Carbonsäure. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Jones-Oxidation, die im Prinzip genau eine solche Chrom-6-Reagenz in wässriger Umgebung nutzt. Das heißt, Oxidation kann ich sowohl vom Alkohol zum Aldehyd durchführen, als auch vom Alkohol zur Carbonsäure und natürlich auch vom Aldehyd zur Carbonsäure. Das heißt, was Oxidationschemie angeht, da bin ich relativ frei. Es gibt noch eine relativ bekannte Alternative zur Oxidation eines Alkohols zu einem Aldehyd. Das ist die sogenannte Swern-Oxidation. Dafür habe ich Ihnen auch nochmal ein extra Mechanismus-Video gemacht, wo ich Ihnen diese Reaktion etwas näher erkläre. Aber hier halten wir erstmal fest, als Werkzeug der Oxidation können wir ohne Probleme vom Alkohol zum Aldehyd mit einem Chrom-6-Reagent oder meinetwegen der Swern-Oxidation kommen und wir können auch entweder vom Alkohol oder dem Aldehyd zur Carbonsäure kommen. Das heißt, Oxidationschemie, sobald wir erstmal irgendwas haben, was im Oxidationsgrad 1 ist, können wir daraus alles andere machen. Wie sieht es mit der Reduktion aus? Also wie sieht es mit dem Weg aus vom Oxidationsgrad 3 in den Oxidationsgrad 2 oder 1? Wenn wir zum Beispiel so etwas wie ein Carbonsäure-Ester reduzieren wollen, dann nehmen wir am besten ein nukleophiles Reduktionsmittel, wie zum Beispiel Lithium-Aluminiumhydrit. Lithium-Aluminiumhydrit haben wir Ihnen ja in der OC1 und 2 häufig so als H-Nukleophil vorgestellt. Also als eine Reagenz, dessen Reaktivität man verstehen kann, wenn man sich einfach vorstellt, das ist ein nukleophiles H-. Vielleicht sollten wir da erstmal klären, H- selber, also so etwas wie Natriumhydrit oder Lithiumhydrit, das ist ein ganz, ganz schlechtes Nukleophil. Denn da haben wir die beiden Elektronen im 1s-Orbital drin sitzen. Das heißt, das Homo vom Hydrit, vom H- ist das 1s-Orbital. Und das ist natürlich viel, 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 viel kleiner als das Pi-Stern-Orbital, das sich hier angreifen soll. Das heißt, da ist die Orbitalüberlappung sehr schlecht. Dementsprechend ist H- kein besonders gutes Nukleophil. Wir müssen also irgendetwas nehmen, wo wir das H- komplexiert haben. Und da nimmt man klassischerweise diese komplexen Metallhydride, wie zum Beispiel das Lithiumaluminiumhydrit oder das Natriumborhydrit. Beide sind quasi Reagenzien, die sich in erster Nährung verhalten, wie H-, also nukleophile Reduktionsmittel sind. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich setze so einen Ester mit einem H- Reagenz um, kann ich mir ganz leicht überlegen, was passiert. Ich mache eine Azylsubstitution, das heißt, ich ersetze die Alkoxygruppe, die hier drin sitzt, quasi durch H-, und das ist nichts anderes als eine Reduktion von einem Ester zu einem Aldehyd. Jetzt haben wir aber ein Problem an dieser Stelle, denn wenn wir uns mal die beiden Verbindungen hier miteinander vergleichen, dann sehen wir, der Karbonylkohlenstoff des Esters, der hat es viel schwerer, von einem Nukleophil angegriffen zu werden, als der Karbonylkohlenstoff des Aldehyds, den wir hier machen. Denn bei einem Ester haben wir hier eine Alkoxygruppe dran sitzen, und damit haben wir einen Plus-M-Substituenten. Das heißt, wir haben hier einen Substituenten, der Elektronendichte zum Karbonylkohlenstoff hinschiebt. Hier haben wir einfach einen H-Substituenten dran sitzen, der hat weder einen I-Effekt noch einen M-Effekt per Definition. Das heißt, hier haben wir einmal nichts, was auf den Karbonylkohlenstoff wirkt. Hier haben wir einmal was, was Elektronendichte reinschiebt zum Karbonylkohlenstoff. Das heißt, der Karbonylkohlenstoff des Esters ist viel elektronreicher als der Karbonylkohlenstoff des Aldehyds. Dementsprechend hat es das Lithium-Aluminium-Hydrit viel schwerer, den Ester anzugreifen, als den Aldehyd anzugreifen. Das heißt, sobald sich das erste Molekül Aldehyd gebildet hat, denkt sich quasi das nächste Molekül Lithium-Aluminium-Hydrit. Warum soll ich denn den Ester angreifen, wenn ich den Aldehyd angreifen kann? Der ist doch viel schöner. Und dann passiert das, was hierbei das Problem ist, in Anführungsstrichen. Die Reaktion geht direkt weiter, geht direkt durch zu dem entsprechenden Alkohol. Den Alkohol, den kriegt man natürlich erst nach einer wässrigen Aufarbeitung. Wenn wir hier das Lithium-Aluminium-Hydrit als Reagenz haben, dann kriegt man erst mal das Anion, das an das Aluminium koordiniert ist, aber nach wässriger Aufarbeitung erhalten wir dann den Alkohol. Das heißt, wir haben es hier quasi mit einem gewöhnlichen Nukleophil zu tun, mehr oder weniger mit dem Lithium-Aluminium-Hydrit. Und das heißt, das reagiert direkt durch vom Oxidationsgrad 3 in den Oxidationsgrad 1, also direkt vom Ester zum Alkohol durch. Und auch wenn wir hier eine Karbonsäure einsetzen, haben wir das gleiche Problem. Auch die reagiert direkt durch zum Alkohol. Diese Nukleophilie der Reduktionsmittel Lithium-Aluminium-Hydrit und Natrium-Bohydrit, die kann ich aber auch ausnutzen. Wenn ich jetzt zwei unterschiedliche funktionelle Gruppen habe, also sagen wir, ich habe einen Aldehyd und einen Ester in einem Molekül, dann kann ich den Aldehyd selektiv reduzieren, indem ich einfach ausnutze, dass der Aldehyd das bessere Elektrophil ist und daher leichter von einem Nukleophil angegriffen wird. Da nimmt man dann klassischerweise ein etwas schwächeres Nukleophil für. Das Natrium-Bohydrit ist ein etwas milderes Reduktionsmittel. Und damit kann ich dann hier den reaktiveren Aldehyd in Gegenwart des Esters, zum Beispiel zum Alkohol, reduzieren. Generell kann man sagen, Natrium-Bohydrit ist eigentlich so das richtige Reduktionsmittel für die reaktiven Aldehyde und Ketone. Wenn ich irgendwie was anderes reduzieren möchte, ein Ester oder eine Säure, dann sollte ich Lithium-Aluminium-Hydrit nehmen. Aber natürlich auch Ketone und Aldehyde kann ich mit Lithium-Aluminium-Hydrit zu den Alkoholen reduzieren. Das heißt, von der Carbonsäure oder vom Aldehyd-Keton zum Alkohol runter zu reduzieren, das ist überhaupt kein Problem. Aber was ist denn jetzt, wenn ich vom Oxidationsgrad 3 in den Oxidationsgrad 2 will? Also sprich, wenn ich einen Ester oder eine Carbonsäure habe und daraus den Aldehyd machen möchte. Naja, in der Tat ist es meistens die einfachste Variante, dass man das Carbonsäure-Derivat nimmt und das einfach mit Lithium-Aluminium-Hydrit runter zum Alkohol reduziert und dann den Alkohol wieder hoch oxidiert. Denn die Oxidationschemie hier zum Aldehyd, die ist ziemlich zuverlässig und das Ganze funktioniert sehr gut. Es gibt auch eine Alternative, mit der man das Ganze theoretisch in einem Pott machen kann, denn das hat natürlich den Nachteil, dass wir hier zwei Reaktionsschritte durchführen müssen. Relativ nicht so richtig attraktiv, das sind dann zwei Tage, die ich im Labor verbringen muss, statt einem. Es gibt eine Reagenz, das manchmal ist einem auch erlaubt, einen Ester zu einem Aldehyd zu reduzieren und das ist das sogenannte Dibal-H. Das ist Di-Isobutyl-Aluminiumhydrit und das kann halt auch als H-Reagenz einen Ester angreifen und bildet dann einen solchen semi-stabilen Aluminium-Sauerstoffkomplex, der erst nach wässriger Aufarbeitung die Sauerstoff-Aluminium-Bindung hier bricht und das, was wir dann rausbekommen, ist quasi hier oben eine OH-Gruppe und auf der anderen Seite eine Alkoxy-Gruppe, also sprich ein Halbacetal. Und Halbacetale, das wissen wir, die sind auch nicht stabil in wässriger Umgebung, die hydrolysieren uns dann zu dem entsprechenden Aldehyd. Das heißt, mit Dibal kann ich versuchen, meinen Ester zum Aldehyd direkt zu reduzieren, aber besser ist es eigentlich meistens, oder sagen wir mal zumindest, verlässlicher ist es meistens erstmal runter zum Alkohol zu reduzieren und dann wieder hoch zu oxidieren. Ich kann natürlich auch einfach sagen, okay, ich mache das Säure-Derivat reaktiver und mache zum Beispiel ein Säurechlorid draus, dann kann ich hier die CO-Doppelbindung mit Wasserstoff und Palladium auf Bariumsulfat reduzieren. Wenn ich dann die CO-Doppelbindung hier reduziere, dann habe ich hier oben eine OH-Gruppe und hier unten ein Chlorid und sobald das Wasser sieht, zerfällt das auch natürlich zu dem entsprechenden Aldehyd. Das ist dann die sogenannte Rosenmund-Oxidation und auch mit Thio-Estern kann ich eine Palladium-katalysierte Reduktion machen. Da ist quasi der Wasserstofflieferant hier ein solches Silan. Ich benutze Palladium auf Kohle und als Edukt ein Thio-Ester. Das ist dann die sogenannte Fukayama-Reduktion. Aber wenn ich eine Carbonsäure oder einen Ester habe, ist das natürlich auch wieder ein Zwei-Stufen-Prozess, denn dann muss ich, wenn ich die Rosenmund-Oxidation machen möchte, Entschuldigung, die Rosenmund-Reduktion machen möchte, natürlich erst mal das Säurechlorid herstellen und das dann reduzieren. Oder hier muss ich erst den Thio-Ester machen und den dann reduzieren. Wenn ich allerdings die Verbindung schon habe, ist das natürlich eine total praktische Sache. Worüber wir allerdings noch reden müssen, ist die Reduktion von Säureamiden. Denn wenn wir ein Säureamid nehmen und das mit Lithium-Aluminiumhydrit umsetzen, dann reagiert halt auch erst mal das Lithium-Aluminiumhydrit als H-Nukleophil. Wir führen einen nukleophilen Angriff hier an der Carbonylgruppe durch, übertragen quasi einmal H- auf den Carbonylkohlenstoff und machen wie immer erst mal ein tetraedrisches Additionsprodukt. In diesem tetraedrischen Additionsprodukt sehen wir jetzt hier die neue CH-Bindung und hier oben den negativ genadenen Sauerstoff, der an das Aluminium koordiniert. Jetzt könnte man ja normalerweise denken, oder was normalerweise passieren müsste bei einer Azyl-Substitution, dass der Sauerstoff seine freien Elektronenpaare hier runterklappen lässt und die Abgangsgruppe hier drüben rausschmeißt. Wenn man sich aber mal anguckt, was diese Abgangsgruppe hier ist, ist NR2-, das gruselt sie hoffentlich schon, das als Abgangsgruppe rauszuschmeißen. Das ist quasi das Anion eines Amins. Und Amine haben einen PKS-Wert so von 33, 35. Da haben sie es mit einer sehr, 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 sehr schlechten Abgangsgruppe zu tun. Ja, die konjugierte Säure zu dieser Base ist ein Amin. Dementsprechend, das ist ein Reaktionsweg, der nicht stattfindet, weil hier halt das NR2- eine sehr, sehr, sehr schlechte Abgangsgruppe ist. Und es gibt eine wesentlich bessere Abgangsgruppe hier drin. Denn auch das freie Elektronenpaar hier vom Stickstoff kann ja runter zu dem Kohlenstoffatom klappen und auf der anderen Seite einfach Aluminiumoxid rausschmeißen. Und was sie dann zurückbehalten, ist ein Iminiumion. Und dieses Iminiumion ist auch schön reaktiv und kann weiter nukleophil angegriffen werden. Das heißt, ein zweites H-Molekül kann hier angreifen, oder ein zweites H-Äquivalent sollte man besser sagen, Lithium-Aluminiumhydrid also, kann hier an dem ehemaligen Karbonylkohlenstoff angreifen. Und was wir erhalten, ist ein Amin. Und je nachdem, was wir hier eingesetzt haben, wenn wir ein sekundäres Amit eingesetzt haben, erhalten wir ein sekundäres Amin. Wenn wir ein primäres Amit eingesetzt haben, erhalten wir ein primäres Amin. Und wenn wir hier zwei Kohlenstoffreste dran hatten, also ein tertiäres Amit eingesetzt haben, erhalten wir ein tertiäres Amin. Das heißt, wir haben hier eine tolle Möglichkeit, Amine herzustellen. Und wir haben ja letzte Woche schon gesehen, bei der Vorlesung zu den Umwandlungen im Oxidationsgrad 1, dass es gar nicht so leicht ist, Amine zu synthetisieren. Stichwort Substitution mit Ammoniak führt zu Mehrfachalkylierung. Und da haben wir zwei Methoden kennengelernt, zum Beispiel die Gabriel-Synthese oder die Einführung von Acid mit nachfolgender Staudinger-Reduktion, die es uns erlauben, primäre Amine zu synthetisieren, aber sekundäre und tertiäre Amine, dafür haben wir noch keine Methode. Und das lässt sich sehr gut machen über Amide. Denn Amide haben noch einen zweiten Vorteil. Das Problem, wenn Sie sich mal hier Produkt und Edukt angucken, ist nämlich, das Produkt, das Amin, das ist eine sehr starke Base. Sie haben hier ein freies Elektronenpaar, das sehr, sehr gut Protonen aufnehmen kann, das auch selber ein gutes Nukleophil ist. Das heißt, Sie haben es hier mit einer relativ reaktiven Verbindung zu tun. Das heißt, freie Amine wollen Sie nicht in einer mehrstufigen Synthese die ganze Zeit mit sich rumschleppen. Denn dann haben Sie die ganze Zeit eine sehr basische Funktion in Ihrem Molekül und gleichzeitig noch eine sehr nukleophile Position in Ihrem Molekül. Das heißt, das ist ein sehr reaktives Ende. Das wollen Sie nicht über mehrere Stufen mit sich rumschleppen. Außerdem, jetzt mal so einen ganz praktischen Aspekt, Amine zu Säulen macht überhaupt keinen Spaß. Denn die basischen Amine, die wechselwirken halt auch sehr stark mit so einer Chromatographiesäule. Und das heißt, da Sie im Laboralltag eigentlich nach jeder Reaktion eine Chromatographiesäule machen müssen, um Ihr Produkt aufzureinigen, macht es überhaupt keinen Spaß, freie Amine mit sich rumzuschleppen. So, Amide hingegen, die sind neutral. Denn das freie Elektronenpaar von dem Stickstoffatom hier, das kann ich ja jetzt wunderschön Mesomerie stabilisieren hier durch die benachbarte Karbonylgruppe. Das heißt, dieser Stickstoff hier im Amid, der ist sp2-hybridisiert und dementsprechend überhaupt nicht mehr basisch. Und dementsprechend kann ich auch so ein Amid, was ja auch als Carbonsäure-Derivat eher unreaktiv ist, eine ganze Zeit lang durch eine Synthese schleifen. Das heißt, Amide sind ganz hervorragende Synthesenvorläufer für Amine. Das schreiben wir uns hier hinten hin und das merken Sie sich auch bitte. Und ganz generell kann man sagen, dass die Synthese von Aminen durch Reduktion eigentlich eine gute Idee ist. Und es gibt noch eine zweite Reaktion, mit der man das machen kann. Und das ist im Prinzip eine Umwandlung aus dem Oxidationsgrad 2 in den Oxidationsgrad 1 unter Synthese eines Amins. Und das ist die sogenannte reduktive Aminierung. Was Sie dabei machen ist, Sie nehmen ein Aldehyd oder ein Keton und setzen das erstmal mit einem Amin um. Und so ein Amin, das haben wir ja letzte Woche gesagt, bildet mit einem Aldehyd oder einem Keton ein Imin. Wenn Sie das Ganze unter, sagen wir mal, leicht sauren Bedingungen durchführen, dann erhalten Sie kein Imin, sondern ein Iminiumion. Das heißt quasi ein positiv geladenen Stickstoff hier oben. Und dieses Iminiumion, das ist jetzt ein wesentlich besseres Elektrophil als der Aldehyd oder das Keton, was Sie vorne eingesetzt haben. Denn jetzt haben wir ja hier oben eine echte positive Ladung an dem Stickstoff sitzen. Und wenn Sie dann ein relativ mildes Reduktionsmittel wie Natrium-Cyanobohydrit nehmen, dann können Sie quasi in einem Topf diese Reduktion des Iminiumions durchführen. Denn das Natrium-Cyanobohydrit, das ist zwar gerade stark genug, das Ammoniumion zu reduzieren, aber Aldehyde und Ketone reduziert das so langsam, dass halt die Reaktion des Aldehydes oder Ketons mit dem Amin zu der Iminiumspezius schneller ist als der nukleophile Angriff des Natrium-Cyanobohydrits. Und auf diese Weise können Sie auch hier, wie hier gezeigt, entweder sekundäre Amine machen oder auch tertiäre Amine. Auch hier sollte man natürlich bedenken, dass sobald ich das Amin hergestellt habe, der Stickstoff frei in dem Molekül vorliegt und wir hier auch wieder ein freies Elektronenpaar haben und damit eine sehr, sehr basische Funktion. Und auch hier sollten wir dieses freie Amin jetzt nicht unendlich lange weiter durch die Synthese schleifen. So, das heißt, wir können uns zwischen den Oxidationsgraden 1 und 3 super bewegen. Wir kommen von 1 aufwärts ohne Probleme, sowohl zu 2 als auch zu 3 und wir kommen von 3 und 2 ohne Probleme runter auf 1. Naja, und je nachdem, manchmal schafft man es auch von 3 nach 2 mit Dybal, aber meistens ist der Weg von 3 nach 2 entweder über 1 oder über ein aktiviertes Säurederivat, was einem dann den Weg zurück nach 2 sichert. Also der Weg von 3 nach 2 ist nicht ganz so einfach, muss man sagen, aber von 3 nach 1 und von 1 nach 2 geht ohne Probleme. Jetzt haben wir noch Oxidationsgrad 4 und Oxidationsgrad 0 ausstehen. Naja, die Oxidation zum Oxidationsgrad 4, das geht zwangsläufig dann immer irgendwie mit der Spaltung einer CC-Bindung einher, wenn ich irgendwie eine funktionelle Gruppe habe, es sei denn, ich habe nur einen Kohlenstoff irgendwie in meinem Molekül. Das heißt, da redet man zum Beispiel über Fragmentierungsreaktionen oder Umlagerungsreaktionen. Das ist jetzt aber für unsere momentane Syntheseüberlegung erstmal nicht so relevant. Da würde ich auf die OCV im Masterstudium verweisen. Andersrum, wie können wir aber eigentlich eine funktionelle Gruppe entfernen? Also, wie kommen wir zum Oxidationsgrad 0? Das ist ja eventuell auch eine interessante Sache. Vielleicht habe ich ja irgendwo an irgendeiner Stelle in meinem Molekül eine funktionelle Gruppe, die ich am Ende da gar nicht haben will. Vielleicht musste ich die bei der Synthese einbauen als Kompromiss, um eine CC-Bindung machen zu können. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie können wir funktionelle Gruppen aus einem Molekül entfernen. Und dazu gibt es verschiedene Methoden, von denen ich hier mal drei einfach vorstellen möchte. Um im Oxidationsgrad 1 eine funktionelle Gruppe zu entfernen, gibt es eine sehr schöne Methode. Das ist die sogenannte Barton-McCombie-Reaktion. Da nehmen wir einen Alkohol und überführen den erstmal in irgendetwas, was hier neben eine Thiokarbonylgruppe hat. Das könnte zum Beispiel ein Xantonat sein. Dann wäre dann hier auch nochmal ein Schwefel mit einem Methylrest dran. Was wichtig ist, wir brauchen hier oben irgendeinen Schwefel. Denn dann machen wir eine radikalische Reaktion mit Tributyl-Zynhydrit und AIBN. Und was wir dabei ausnutzen, ist, dass wir aus der schwachen Zyn-Wasserstoff-Bindung eine starke Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung machen und gleichzeitig auf der anderen Seite das das Schwefelatom hier auf das Zinn übertragen. Ja, das heißt, wir machen eine schön starke Zinn-Schwefel-Bindung und auf der anderen Seite eine schön starke Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung. Der Mechanismus der Barton-McCombie-Reaktion, der ist auch relativ interessant. Deshalb habe ich Ihnen dazu auch nochmal ein extra Video gemacht, das ich Ihnen hier oben verlinke. Aber für unsere Synthese-Überlegung machen wir mal weiter. Wie komme ich im Oxidationsgrad 2 dazu, eine funktionelle Gruppe loszuwerden? Naja, im Oxidationsgrad 2 habe ich es ja mit diesen schönen reaktiven Aldenhyten und Ketonen zu tun. Und da gibt es verschiedene Varianten. Eine kennen Sie wahrscheinlich auch schon seit der OC1. Das ist die sogenannte Clemensin-Reduktion. Hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal ein Praktikum gemacht. Da nimmt man einfach knallhart Zink-HCl, also ein sehr, sehr reaktives Metall, das dann mit HCl in situ Wasserstoff generiert und dann an der Metalloberfläche hier diese CO-Doppelbindung einfach weg reduziert. Eine etwas mildere Methode, ein Keton oder Aldehyd zum entsprechenden Alkan zu reduzieren, ist die sogenannte Wolf-Kischner-Reduktion. Da mache ich im ersten Schritt erstmal eine Hydrazon. Da ist ein kleiner Fehler in den Folien, bitte korrigieren. Das ist kein Hydrazit, das ist ein Hydrazon. Da haben wir letzte Woche auch schon mal drüber gesprochen. Solche Hydrazone, die bilden sich sehr, sehr leicht. Die machen wir sogar bei uns im Erstsemesterpraktikum für die Mediziner. Das heißt, das ist, sagen wir mal, Chemie, die sehr zuverlässig funktioniert, will ich mal vorsichtig sagen. Das liegt daran, dass wir halt hier noch mal zur Erinnerung aus dem SP3-hybridisierten Stickstoff, der neben einem anderen SP3-hybridisierten Stickstoff seine freien Elektronenpaare irgendwie lagern muss, zwei benachbarte Stickstoffatome machen, wo sich diese beiden freien Elektronenpaare jetzt aufgrund des höheren Bindungswinkels im SP2-hybridisierten Stickstoffatom weiter aus dem Weg gehen können. Das ist die Triebkraft quasi für diese Umsetzung zum Hydrazon. Das heißt, diese Hydrazon bildet sich sehr leicht und dann kann ich im Folgenden unter Zugabe von KOH, also unter Zugabe einer Base, elementaren Stickstoff hier aus dem Molekül rauswerfen und auf diese Weise auch den ehemaligen Karbonylkohlenstoff zum Oxidationsgrad Null reduzieren. Das ist die sogenannte Wolf-Kischner-Reduktion. Auch da natürlich, wie immer, wenn Sie hier so einen Kasten drum sehen, noch mal genauer Mechanismus in Ihren Lernkarten. Das heißt, wenn wir jetzt mal zusammenfassen, wir können uns in allen Oxidationsgraden rauf und runter bewegen und wir können uns zumindest mal auf der Ebene der Stammverbindungen, also den entsprechenden Sauerstoffverbindungen, auch eben den Oxidationsgraden von rechts nach links und links nach rechts bewegen. Und wir können sogar quasi die funktionellen Gruppen ganz entfernen und in den Oxidationsgrad Null kommen. Das heißt, im Prinzip haben wir jetzt eine sichere Strategie, mit der wir alle möglichen funktionellen Gruppen ineinander umwandeln können. Sagen wir mal zum Beispiel, wir wollen eine Nitrilgruppe in ein Amin überführen. Dann können wir einfach damit anfangen, dass wir diese Nitrilgruppe hier erst einmal verseifen, also das heißt hydrolysieren und in die Stammverbindung überführen. Das kann ich einfach machen, indem ich das einfach wässrig sauer ordentlich durchkoche. Und dann habe ich die Carbonsäure und ich weiß, ich will irgendwie hier unten in den Oxidationsgrad 1, das heißt, ich muss erst mal reduzieren, um in den Oxidationsgrad 1 zu kommen, das heißt, das mache ich mit so etwas wie Lithium-Aluminiumhydrit. Und jetzt habe ich eine OH-Gruppe und bin im richtigen Oxidationsgrad. Um jetzt allerdings zu dem Amin zu kommen, muss ich irgendwie aus der OH-Gruppe eine gute Abgangsgruppe machen. Das heißt, ich muss das Ganze irgendwie aktivieren. Das könnte ich zum Beispiel mit einer Appelreaktion machen, indem ich aus der OH-Gruppe das Chlorid mache. Und dann kann ich das Chlorid im Sinne einer nukleophilen Substitution zu dem Amin umsetzen, also zum Beispiel eine Gabrielsynthese zu dem primären Amin durchführen. Wenn ich hier kein primäres, sondern sekundäres oder tertiäres Amin habe, könnte ich natürlich auch den Weg zum Beispiel über das Amid gehen und dann durch Reduktion hier rüber gehen. Das heißt, dann hätte ich einen etwas anderen Pfad, den ich einschlagen könnte. Ich könnte dann quasi erst einmal auch wieder hoch zur Carbonsäure gehen, die Carbonsäure entsprechend aktivieren, dann das Ganze zum Carbonsäure-Amit umsetzen und aus dem Carbonsäure-Amit dann durch Reduktion die entsprechende Aminverbindung machen, die ich eigentlich haben möchte. Das heißt, wir haben es hier grundsätzlich mit einem, sagen wir mal, Weg zu tun, der uns immer irgendwie zum Ziel führt. Häufig ist es aber so, dass es auch direkte Wege gibt, dass es auch Abkürzungen gibt, dass man nicht immer erst zurück zur Stammverbindung gehen muss und dann zu einer aktivierten Verbindung und dann den Oxidationsgrad wechselt oder meinetwegen auch vorher den Oxidationsgrad wechselt. Das ist ein Weg, der führt immer zurück zum Ziel, aber das würde ich mal so als, ich sage mal, die letzte Ausfahrt vor der Autobahn im Hinterkopf behalten. Also das geht immer, aber wenn ich aus einer Nitrilgruppe hier ein Amin machen möchte, dann kann ich auch einfach das Ganze direkt reduzieren und Lithium-Aluminiumhydro drauf schmeißen. Ja, dann habe ich auch das primäre Amin gemacht. Das heißt, häufig gibt es da bessere Lösungen, also die kürzer sind als dieser durchaus mehrstufige Prozess, aber man kommt auf jeden Fall immer ans Ziel. Ja, das ist erstmal das Wichtige, was ich Ihnen mitgeben kann. Sie sind in der Lage, jede funktionelle Gruppe in jede andere funktionelle Gruppe umzuwandeln. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen herausfordernd ist, sind die Amine, weil da haben wir es im Oxidationsgrad 1 mit einer sehr, 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 sehr schlechten Abgangsgruppe zu tun. Wir werden aber im späteren Verlauf der Vorlesung noch Methoden kennenlernen, wie man auch stickstoffhaltige Verbindungen entfernen kann. Das geht dann meistens über die entsprechenden Nitrate. Das geht dann meistens über die entsprechenden Nitroverbindungen. Stichwort Neffreaktionen, über die werden wir dann noch reden. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, dass wir die Amine nicht so richtig loswerden können. Denn die Amine sollte man am besten immer erst relativ spät in der Synthese einführen, weil, da haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, das sind sehr basische Verbindungen. Und die basischen Verbindungen, die führen halt zu allerlei Probleme, weil da haben wir es dann mit relativ reaktiven Positionen zu tun. Also, wir halten fest, wir sind in der Lage, alle funktionellen Gruppen ineinander umzuwandeln. Wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, wie wir Alkene, Enolate oder Ketene machen. Aber wenn Sie sich noch in der OC1 an die Eliminierungschemie erinnern, dann wissen Sie auch, dass wenn Sie ein Chlorid machen können, das auch zum Alkene eliminieren können. Wie wir Enolate machen und wie wir Ketene machen, da reden wir später noch mal drüber, an geeigneter Stelle. An dieser Stelle erstmal möchte ich das so festhalten, wir sind in der Lage, jede funktionelle Gruppe in jede andere funktionelle Gruppe umzuwandeln. So, das ist doch schon mal was. Da haben wir doch schon mal was erreicht. Wir können funktionelle Gruppen in alle anderen funktionellen Gruppen umwandeln. Jetzt haben wir aber meistens nicht nur eine funktionelle Gruppe in einem Molekül, sondern wir haben mehrere funktionelle Gruppen in einem Molekül. Das heißt, es ist auch wichtig, dass wir irgendwie in der Lage sind, diese funktionellen Gruppen einzeln anzusteuern. Und da sollten wir uns jetzt mal ein bisschen darüber Gedanken machen, wie wir das machen können. Und im Prinzip ist da eigentlich auch wieder OCR1-Wissen gefragt. Denn wenn Sie sich mal dieses Diol hier angucken, was ich Ihnen hier mitgebracht habe, dann sehen Sie, wir haben hier eine Konkurrenzreaktion zwischen einmal einem primären Alkohol und einem tertiären Alkohol. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, dass Sie daraus einen Ester machen wollen, dann müssen Sie sich einfach nur überlegen, welche dieser beiden Hydroxygruppen ist denn das bessere Nukleophil und greift bevorzugt den Karbonylkohlenstoff hier an, um die Abgangsgruppe rauszuwerfen und dann hier meinetwegen den Essigsäure-Ester zu machen. Und da gelten die gleichen Regeln für Nukleophilie und Elektrophilie, über die wir schon vorher gesprochen haben. Nukleophil muss möglichst basisch sein, sind jetzt beides Alkohole, die sind ähnlich basisch, die müssen leicht polarisierbar sein, sind beides Sauerstoffatome, die sind ähnlich und Nukleophil muss klein und gemein sein. Und natürlich ist ein solches primärer Alkohol viel leichter zugänglich als ein tertiärer Alkohol. Dementsprechend reagiert der primäre Alkohol besser als Nukleophil und auf diese Weise können Sie den selektiv ansteuern. Das heißt, hier gelten im Prinzip die guten alten Regeln für Nukleophilie und Elektrophilie. Mit denen können wir aber über das, was wir eben gesagt haben, auch noch hinaus spielen. Schauen wir uns doch einfach mal diese Beta-Hydroxy-Carbonsäure an, die ich Ihnen hier mitgebracht habe. Wenn Sie die nehmen und da ein Molekül Natriumhydrit draufschmeißen, dann deprotonieren Sie die einmal. Jetzt müssen Sie sich überlegen, Sie haben hier zwei OH-Gruppen. Welche von diesen beiden OH-Gruppen wird denn bevorzugt deprotoniert? Naja, wir haben einmal eine Carbonsäure und wir haben einmal einen Alkohol. Die Carbonsäure hat einen PKS-Wert von ungefähr 5 und der Alkohol hat einen PKS-Wert von ungefähr 16. Das heißt, die Carbonsäure wird wesentlich leichter deprotoniert als der Alkohol. Wenn man da ein Gleichgewicht formulieren möchte, dann liegen für ein Molekül deprotonierter Alkohol 10 hoch 11 Moleküle deprotonierte Carbonsäure vor. Also das ist gar kein Match sozusagen. Das heißt, wir deprotonieren erst mal selektiv die Carbonsäure und erzeugen jetzt ein Carbonsäure-Anion. Jetzt haben wir eine wesentlich basische Funktionalität geschaffen als den Alkohol. Das heißt, wenn wir jetzt Methyliodid draufschmeißen, sucht sich das Methyliodid, das beste Nukleophil hier aus und das ist das Carbonsäure-Anion und wir führen die Methylgruppe hier hinten an hinten an dem Sauerstoff der Carbonsäure ein. Wenn wir jetzt aber zwei äquivalente Natriumhydrit nehmen, dann deprotonieren wir zuerst zwar die Carbonsäure, deprotonieren dann aber auch den Alkohol. Und wenn wir jetzt Methyliodid auf das Molekül draufwerfen, dann hat das Methyliodid die Wahl zwischen einem Alkoholat und einem Carboxylat. Und das Anion eines Alkohols mit einem PKS-Wert von 16 ist eine viel, 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 viel stärkere Base als das Anion der Carbonsäure mit dem PKS-Wert von 5. Das heißt, das Alkoholat ist das viel bessere Nukleophil, reagiert dementsprechend auch mit dem Methyliodid und die CH3-Gruppe wandert dann an den Sauerstoff, der vorher zu dem Alkohol gehört hat. Und das ist ein ganz grundlegendes Prinzip, mit dem ich die Reaktion eines Elektrophils mit meinem Molekül steuern kann. Und da kann man sich einfach merken, die Position, die in einem Molekül zuletzt deprotoniert wird, die reagiert in aller Regel zuerst. Denn durch Deprotonierung aktiviere ich sozusagen das Nukleophil und das Nukleophil, das als letztes aktiviert wird, hatte dementsprechend das Proton der schwächsten Säure, ist dementsprechend die stärkste Base und daher auch das stärkste Nukleophil. Das heißt, auf diese Weise kann ich regioselektiv verschiedene funktionelle Gruppen ansteuern. Was ist jetzt aber, wenn wir in dem Beispiel von eben, wo wir einmal einen primären Alkohol haben und dann einen sekundären oder tertiären Alkohol auf der anderen Seite, wenn wir an dem jetzt den sekundären Alkohol ansteuern wollen und nicht den primären Alkohol. Der primäre Alkohol ist das bessere Nukleophil, weil er sterisch weniger anspruchsvoll ist, aber wir können jetzt nicht durch Deprotonierung irgendwie diese beiden Alkohole unterscheiden, weil dafür sind die sich im PKS-Wert zu ähnlich. Die haben beide ungefähr einen PKS-Wert von 16. Sekundärer Alkohol vielleicht ein bisschen weniger sauer, aber das ist jetzt nicht ausreichend, um dann eine gute Selektivität zu erzeugen. Was wir dann machen können, ist, dass wir einfach den primären Alkohol mit einer Schutzgruppe versehen. Schutzgruppen sind etwas, was wir benutzen können, um funktionelle Gruppen quasi auszuschalten und dann, wenn wir sie brauchen, selektiv wieder anzuschalten. Und was wir hier zum Beispiel machen können, ist, dass wir den primären Alkohol mit einer sogenannten Silyl-Schutzgruppe versehen. Silizium macht ja sehr gerne Bindungen zu Sauerstoff. Wir wissen, wenn sie draußen durch die Welt laufen, laufen sie quasi auf einer kubelstichtesten Packung an Sauerstoff, oder Sauerstoffatomen, die sich um einen Siliziumkern angesammelt haben. Sie laufen nämlich auf Siliziumdioxid. Und diese Silizium-Sauerstoffbindung, die ist quasi die zweitstabilste Bindung, die das Silizium machen kann. Zweitstabilste Bindung, das ist auch der Trick, wie wir es wieder abkriegen übrigens. Aber wir können quasi jetzt die Silizium-Sauerstoffbindung herstellen. Wir nehmen dazu ein sogenanntes Silylchlorid und irgendeine Base, wie zum Beispiel Imidazol, um hier die bei der Reaktion entstehende HCl abzufangen. Mit dem Silylchlorid haben wir jetzt ein gutes Elektrophil, mit dem wir den Alkohol silulieren können. Und wie eben schon mit dem Ester reagiert auch hier der primäre Alkohol bevorzugt. Und wir erhalten einen geschützten primären Alkohol in Form eines Silyl-Ethers. Was wir jetzt machen können, ist, dass wir den zweiten Alkohol, den wir hier haben, reagieren lassen. Sagen wir, wir wollen da wieder raus einen Ester machen. Und dafür nehmen wir einfach dann das entsprechende Säurechlorid, setzen das mit dem Alkohol um und jetzt haben wir hier ein Acetat auf den zweiten Alkohol draufgesetzt. Das Schöne ist, wir haben jetzt mit dem Acetat eigentlich auch sowas wie eine Schutzgruppe eingeführt. Denn wir haben jetzt die Möglichkeit, beide Alkohole selektiv anzusteuern. Denn beide sind jetzt erstmal als Alkohol stehen die nicht mehr zur Verfügung für irgendwelche Reaktionen. Das heißt, wir haben die beide quasi als Alkohole in ihre Reaktivität ausgeknipst. Und wenn wir jetzt quasi den primären Alkohol wieder anknipsen wollen, müssen wir irgendwie diese Schutzgruppe abspalten. Und Silyl-Kurzgruppen kann man wunderbar dadurch abspalten, dass man nicht die zweitstärkste Bindung anbietet, die Silizium so machen kann, sondern die stärkste Bindung anbietet, die Silizium machen kann, und das ist die Silizium-Flur-Bindung. Und dafür setzt man meistens ein Reagenz ein, das einem quasi nacktes Fluorid zur Verfügung stellt. Das ist das sogenannte TBAF, Tetrabutyl-Ammonium-Fluorid. Tetrabutyl-Ammonium ist einfach nur das Anion, das quasi sehr, sehr stark abgeschirmt eine positive Ladung liefert und das dafür sorgt, dass, wenn ich das Ganze in THF löse, die Fluorid-Ionen möglichst ungebunden, möglichst nackt vorliegen und daher möglichst reaktiv sind. Wenn man so etwas wie Natrium-Fluorid nehmen würde, hätte man immer noch relativ viel Natrium-Fluorid-Addukte und damit wenig reaktives, freies Fluorid in der Lösung. Wenn ich aber dieses freie Fluorid hier in der Lösung habe, dann kann ich aus der schwächeren Silizium-Sauerstoff-Bindung die stärkere Silizium-Flur-Bindung machen und dann brauche ich noch ein bisschen Wasser und habe meinen Alkohol zurück. Das wäre dann die Entschützung der TBS-Grüppe. TBS steht übrigens für Es gibt auch andere Silyl-Schutzgruppen, die sind dann von der Stabilität her ein bisschen unterschiedlich. Man kann sagen, je sterisch anspruchsvoller hier die roten Alkyl-Reste am Silyl-Rest dran sind, umso stabiler ist die Silyl-Schutzgruppe. Wenn ich jetzt nur Trimethyl-Silyl hätte, sobald das Wasser sieht, das müssen Sie eigentlich nur mit Wasserböse angucken, dann fällt das schon wieder runter. Das ist eine eher instabile Schutzgruppe, aber sobald Sie da ein bisschen sterischen Anspruch um das Silizium drum herum packen, passt das. Das heißt, durch das Tebaf können wir die Silyl-Gruppe wieder abspalten und wir haben wieder unseren primären Alkohol. Wir können aber auch natürlich das Acetat wieder abspalten und da müssen wir uns jetzt mal überlegen, wie würde man denn jetzt einen solchen Ester abspalten. Und das könnte man zum Beispiel machen, auch im Gegenwart des Silyl-Ethers, indem man den einfach mit NaOH in wässrigem THF umsetzt. Dann bekomme ich nichts anderes als eine basische Esterhydrolyse, also Stichwort Azyl-Substitution, ran, rauf, runter, raus und das, was wir dann wieder zurück erhalten, ist der Alkohol. Das ist jetzt natürlich keine sinnvolle Sequenz, die ich Ihnen hier aufgeschrieben habe. Keiner wird sich hier mehrere Tage ins Labor stellen, um aus einem Diol wieder das gleiche Diol zu machen. Mir ging es darum, Ihnen zu zeigen, dass Sie quasi beide Alkohole selektiv voneinander schützen können. Am Anfang nutzen Sie quasi die überlegene Reaktivität, die stärkere Nukleophilie des primären Alkohols aus, schützen den erst, knipsen den quasi aus, schützen dann den anderen und dann können Sie beide Alkohole ganz beliebig ansteuern voneinander. Das heißt, Schutzgruppen für Alkohole, die sind extrem wertvoll und natürlich vor allem dann, wenn ich diese Schutzgruppen unter verschiedenen Bedingungen abspalten kann. Und neben den beiden, die ich Ihnen eben schon vorgestellt habe, also dem Acetat und der Sylyl-Schutzgruppe, gibt es noch einen ganzen Zoo von anderen Schutzgruppen. Ich möchte Ihnen hier Nummer 3 zeigen, die eine, das ist das sogenannte THP, das ist die Tetrahydropyranyl- Schutzgruppe, da machen wir quasi ein Vollacetal aus dem Alkohol, dazu nehmen wir quasi dieses Alken, das erstmal protoniert wird und dann hier einen Kation hat, wo dann der Alkohol angreifen kann. Wir kriegen die THP-Schutzgruppe und haben dann ein Acetal, Acetale, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, die sind kinetisch stabil, das heißt, solange ich das nicht sauer mache und irgendwie einen anderen Alkohol oder Wasser zur Verfügung stelle, um das Acetal zu spalten, ist das Acetal stabil, kann ich das auch durch die Synthese durchziehen, das heißt, wenn ich das Acetal wieder abspalten möchte, kann ich das zum Beispiel mit so etwas wie Paratolol-Sulfonsäure und Methanol umsetzen und erhalte dann quasi eine Umacetalisierung auf das Methanol von dem ich ja als Lösungsmittel viel, 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 viel mehr habe, das heißt, da brauche ich keine thermodynamische Triebkraft, da leitet die Statistik meine Reaktion dazu, dass ich einfach hier bevorzugt dann das andere Acetal draus mache und meinen Alkohol wieder freisetze. Eine weitere sehr beliebte Schutzgruppe für Alkohole ist die Benzyl-Schutzgruppe, wenn ich die drauf machen möchte, muss ich einfach nichts anderes als eine Williamson-Ether-Synthese machen, Alkohol mit Natriumhydrit, schmeiße dann Benzyl-Promit drauf und habe dann auf diese Weise einen Benzyl-Rest hier an den Alkohol drangebaut, einen Benzyl-Ether, der ist schön stabil, den kann ich auch durch alle möglichen anderen Reaktionen mitnehmen, habe damit auch den Alkohol ausgeknipst quasi und wenn ich diesen Benzyl-Ether wieder abspalten möchte, dann macht man das klassischerweise mit Wasserstoff und Palladium auf Kohle, das heißt quasi durch Hydrierung kann ich diesen Benzyl-Ether wieder abspalten, indem ich einfach H2 an diese CO-Bindung hier addiere, Sie erinnern sich hier, benzylischer Kohlenstoff, ganz besonders reaktive Funktionalität, ganz besonders reaktive Position, so dass ich auch hier die CO-Sigma-Bindung einfach durch Hydrierung spalten kann. eine weitere Schutzgruppe, die noch ganz interessant ist, ist die sogenannte Allylgruppe, auch die machen Sie einfach in der Williams-Ether-Synthese drauf, Natriumhydrid deprotoniert Ihnen den Alkohol, Allylbromid bringt Ihnen hier die Allylgruppe dran und auch die können Sie schön selektiv abspalten mit Methanol, einer Base und einem Palladium-Katalysator und was der Palladium-Katalysator quasi macht, der katalysiert Ihnen hier eine sogenannte SN2-Strichreaktion, wo quasi das Methanol als Nukleophil hier angreift und quasi dann auf der anderen Seite den Alkohol rausschmeißt und Sie dann einen Methyl-Alyl-Ether machen. Das ist jetzt noch kein genauer Mechanismus, sondern erstmal nur so eine grobe Buchhaltungs- Einordnung. Mechanistisch ist die Reaktion nicht ganz so trivial, aber das ist mir jetzt an dieser Stelle erstmal nicht ganz so wichtig, nur vielleicht aber schon mal so als Vorgeschmack auf spätere Vorlesung. Das Ganze verläuft über ein Palladium- stabilisiertes Allyl-Kation, wo dann quasi hier das Palladium-2 unter diesem Allyl-Kation drunter sitzt und dann kann die Methoxy-Gruppe von oben angreifen. Aber das nur jetzt so, damit sie ruhig schlafen können und nicht denken, oh Gott, wie funktioniert dieser Mechanismus. Sie sehen also, es gibt eine ganze Menge Schutzgruppen für Alkohole und ich würde mich auch mal aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist somit die wichtigste Schutzgruppen-Klasse und das Schöne ist, wenn sie die Alkohol- Schutzgruppen verstanden haben, haben sie auch eine ganze Menge Amin- Schutzgruppen verstanden. Denn für Amine gibt es ein ganz klassisches Schutzgruppen- Konzept, das ebenfalls quasi die ganze Chemie, die wir eben besprochen haben, quasi mitbenutzt. Wir haben ja schon mal gesagt, dass Amine sehr, sehr basische Verbindungen sind und dass es deshalb ungünstig ist, freie Amine über mehrere Stufen durch eine Synthese hindurch zu ziehen. Und das eine Möglichkeit da zum Beispiel ist, das Amin erstmal über ein Amit irgendwie maskiert einzuführen und dann erst ganz ganz zum Schluss in der Synthese freizusetzen, indem ich das Amit zum Amin reduziere. Und es gibt auch eine Schutzgruppe, die so ein ganz ähnliches Konzept benutzt. Das sind nämlich die sogenannten Carbamat-Schutzgruppen. Carbamate, das sind so Verbindungen, wo wir eine Carbonylgruppe haben, wo links ein Stickstoff und rechts ein Sauerstoffatom dranhängt. Und das sind im Prinzip die Ester der Carbaminsäure. Und erstmal, was ganz wichtig ist, auch hier haben wir die Carbonylgruppe neben dem Stickstoffatom, die dafür sorgt, dass der Stickstoff sp2 hybridisiert ist, dass das freie Elektronenbar in Konjugation mit der CO-Doppelbindung stehen kann. Und das sorgt wiederum dafür, dass der Stickstoff nicht basisch ist. Das heißt, wir haben den Stickstoff als Nukleophil ausgeknipst. Das ist das ganz Wichtige, was diese Carbamatschutzgruppen machen. Und hier drüben an dem Sauerstoff haben wir einen wie auch immer gearteten Rest dran, einen Rest R. Denn der Trick bei der Sache ist, wenn ich diesen Rest R hier abspalte, und da können Sie sich jetzt die Konzepte von eben nehmen, sagen wir, wir haben hier eine Benzylgruppe dran, dann können Sie die abhydrieren. Wir haben hier eine Allylgruppe dran, dann können Sie die mit Palladium 2 und Methanol abmachen. Irgendwas müssen Sie tun, um dann hier wieder diese Carbaminsäure freizusetzen. Und das ist der Trick dabei, Carbaminsäuren, die sind instabil. Sie sehen schon, hier steckt ein Molekül drin, was da ganz, ganz dringend raus will. Denn hier haben wir einen Kohlenstoff mit zwei Sauerstoffen dran und einem Proton, das ich relativ leicht abspalten kann. Das ist eine Carbaminsäure und die kann sehr leicht CO2 abspalten. Das heißt, die kann sehr leicht dekarboxylieren. Und wie gesagt, es gibt einen ganzen Zoo von diesen Carbamatschutzgruppen. Wie gesagt, wenn das hier Benzyl wäre, dann wäre das zum Beispiel die CBZ-Schutzgruppe. Wenn der Rest R ein Allylrest wäre, dann wäre das die sogenannte Allox-Schutzgruppe. Und wenn der Rest R-Tertbutyl ist, dann ist das die berühmt-berüchtigte Bock-Schutzgruppe. Und Sie sehen, die Reste, die hier dran hängen, das sind im Prinzip alles Reste, die ich auch zur Schützung von einem Alkohol benutzen kann. Und wenn ich die abspalte, wie ich beim Alkohol die abspalten würde, dann käme ich hier zu der entsprechenden Carbaminsäure, die dekarboxyliert mir. Und das gucken wir jetzt noch mal uns am Beispiel des berühmtesten Vertreter an, nämlich der sogenannten Bock-Schutzgruppe. Die Bock-Schutzgruppe kann ich erstmal anbringen, indem ich ein Amin mit dem umsetze, was umgangssprachlich im Labor als Bock-2O oder Bock-Anhydrit bezeichnet wird. Da sieht man, das ist nicht ganz richtig, wenn man da mal die Stochometrie durchrechnet. aber der Trick dabei ist, dass ich hier ein solches Anhydrit habe, wo das Amin hier am Carbonyl-Kohlenstoff angreifen kann. Wir machen quasi so eine Art Azyl-Substitution. Umwandlung im Oxidationsgrad 4, haben wir ja gesagt, sind im Prinzip die gleiche mechanistisch wie die Umwandlung im Oxidationsgrad 3. Das heißt, hier haben wir mal so einen Fall. Da gilt auch hier ran, rauf, runter, raus. Und was wir dann hier rausschmeißen, ist einmal CO2 und Tertbutanol. Das ist quasi der Grund, warum das so ein gutes Übertragungsreagenz für die Bockschutzgruppe ist. Und was wir dann haben, ist das, was wir eben gesehen haben. Wir haben hier ein Carbamat mit einem Rest R, der hier Tertbutyl ist. Und Tertbutyl-Ether haben wir letzte Woche schon gesehen. Die kann man sehr leicht spalten, indem man sie einfach mit H-Plus aktiviert. Denn dabei kann ich unter Abspaltung eines Tertien-Cabenium-Ions hier auf der anderen Seite die Carbaminsäure generieren. Und das Tolle an der Bockschutzgruppe ist, die Carbaminsäure zerfällt, wie wir das eben schon gesehen haben, in CO2 und das Amin, das wir eigentlich haben wollen. Und auch dieses Tertbutyl-Kation, was wir hier haben, das zerfällt auch unter Abspaltung von H-Plus in Isobuten. Und das Isobuten ist ein Gas, auch das blubbert Ihnen aus der Lösung raus. Das heißt, wenn Sie die Reaktion zum Beispiel mit HCl in Diethyl-Ether durchführen, dann haben Sie hier nur das Amin vorliegen in Gegenwart von HCl und das würde dann zum Beispiel das entsprechende Ammoniumchlorid mitbilden und das Ammoniumchlorid ist natürlich ein Salz, das fällt Ihnen dann zum Beispiel aus der Diethyl-Ether-Lösung aus und auf diese Weise haben Sie quasi Ihr schönes, sauberes Ammoniumsalz Ihres Amins unten in Ihrer Lösung drin liegen. Der Rest ist alles ausgeblubbert. Sie können auf diese Weise sehr sauber diese Schutzgruppe wieder abspalten. Denn das ist sehr wichtig. Sie müssen eine Schutzgruppe gut auf Ihr Molekül draufkriegen und Sie müssen sie auch gut wieder abspalten können. Ansonsten ist nämlich Schutzgruppenchemie eher unattraktiv. Denn Sie haben ja immer zwei zusätzliche Schritte in der ganzen Geschichte. Sie brauchen einmal einen Schritt, um die Schutzgruppe auf das Molekül draufzumachen und einmal einen Schritt, um die Schutzgruppe von dem Molekül wieder abzumachen. Das heißt, wenn man Syntheseplanung betreibt, ist es eigentlich eher günstig Schutzgruppen zu vermeiden, denn dadurch werden die Synthesen, die man sich so vornimmt, kürzer. Aber da werden wir nächste Woche drüber reden. Jetzt möchte ich noch mal zum Abschluss mit Ihnen einmal ganz kurz einen Blick in die Oxidationsgrade 2 und 3 werfen, was es da denn so für Schutzgruppen gibt. Schutzgruppen für Carbonsäuren sind natürlich alles, was weniger reaktiv ist als Carbonsäuren, also was was erst mal dieses Azide Proton ausknipst und das kann ich zum Beispiel dadurch einfach machen, indem ich hier einen Ester einführe. Schutzgruppen für Aldehyde und Ketone sind klassischerweise Acetale. Acetale sind ja kinetisch stabil und wenn ich solche ringförmigen Acetale habe, sind die noch mal zusätzlich stabilisiert. Wenn ich jetzt so ein Acetal hier abspalten möchte, dann mache ich das einfach mit Säure. In dem Fall nehme ich eine Säure in Methanol, denn was dabei passiert, ist quasi eine Umacetalisierung. Dadurch, dass ich viel, 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 viel Methanol in der Lösung habe, verschiebe ich dieses relativ stabile Acetal und mache daraus das wesentlich instabilere Acetal, wo ich hier zwei Methoxy-Gruppen am gleichen Kohlenstoffatom dranhängen habe. Und da sollten wir uns vielleicht noch mal darüber Gedanken machen, warum ist jetzt denn dieses Acetal hier instabiler als das Acetal hier oben. Grundsätzlich ist es immer günstig, wenn man Ringe herstellt. Denn wenn man Ringe herstellt, überlegen Sie sich mal, wenn Sie von dem Molekül zu dem Molekül kommen, machen Sie aus zwei Molekülen, einmal Ihrem Acetal und einmal dem Diol, ein neues Acetal und zwei Moleküle drei Moleküle, das heißt Sie haben eine entropische Triebkraft in die Richtung des ringförmigen Acetals. Da können Sie natürlich gegenarbeiten, indem Sie einfach Methanol im riesigen Überschuss einsetzen. Sie haben Lösungsmittel. Aber deshalb ist quasi dieses Acetal wesentlich instabiler als das Acetal hier oben. Deshalb nimmt man meistens ringförmige Acetale als Schutzgruppen. Also entweder die Sechsring-Variante also aus einem 1,3 Diol oder die Fünfring-Variante dann hätte man dann hier das 1,2 Diol gehabt dann wäre der Kohlenstoff in der Mitte einfach nicht da. Dieses instabile Acetal das muss man jetzt einfach nur noch mit bisschen Säure und Wasser böse angucken dann zerfällt uns das wie wir das letzte Woche schon gesehen haben einfach zum Aldehyd. Andersherum kann man natürlich auch auf diese Weise die Diole schützen wenn man jetzt nicht so einen teuren Aldehyd nimmt wie den hier sondern einen einfachen Aldehyd wie zum Beispiel Aceton könnte ich jetzt auch ein solches 1,3 Diol als Acetal schützen dann wäre quasi der untere Teil das was ich haben möchte das was ich ausknipsen möchte und kann auf diese Weise sogar zwei funktionelle Gruppen auf einmal ausschalten hier auf der anderen Seite den Ester den kann ich ja einfach mit NaOH abspalten und das schöne bei dieser Chemie ist wenn ich das Ganze hier so ein bisschen vorsichtig mache mit HCl und Methanol ja da reagiert natürlich auch der Ester auch ein Ester kann ich mit HCl aktivieren und mit einem Alkohol dann angreifen aber wenn ich einen Methylester aktiviere und mit Methanol angreife dann komme ich auch wieder zum Methylester das heißt am Ende bleibt das auch bei dem Methylester auf der anderen Seite wenn ich mit NaOH versuche den Methylester im Sinne einer basischen Esterhydrolyse zu spalten danach mit wässrigsaurer Aufarbeitung komme ich natürlich zu der Carbonsäure dann bleibt unter diesen basischen Bedingungen das Acetal erhalten und wenn ich bei der sauren Aufarbeitung ein bisschen vorsichtig bin fällt mir das auch nicht ab das heißt auf diese Weise kann ich sowohl den Ester als auch das Acetal selektiv ansteuern und wenn man da haben wir auch vorhin bei den Alkoholen schon ein paar gesehen wir haben auch gesehen wir können zum Beispiel ein Ester abspalten und die Syllylgruppe unangetastet lassen oder die Syllylgruppe abspalten und den Ester unangetastet lassen und solche unabhängig voneinander ansteuerbaren Schutzgruppen oder etwas genauer gesagt komplementäre Schutzgruppen das sind natürlich sehr wertvolle Verbindungen denn sie erlauben es uns in einem Molekül Respektiv anzusteuern und wie gesagt eben haben wir ja schon beim Alkohol Oxidationsgrad einige funktionelle Gruppen kennengelernt und da möchte ich Sie jetzt noch mal daran erinnern dass natürlich Sie aus einem Alkohol auch alle anderen funktionellen Gruppen machen können das heißt Sie müssen nicht immer nur stumpf in einem Oxidationsgrad bleiben wenn Sie sich überlegen wollen wie könnte ich denn eine geschützte oder maskierte Carbonsäure irgendwie durch die Synthese schleifen können Sie auch einfach einen geschützten Alkohol nehmen denn Sie können ja aus einem Alkohol ohne Probleme eine Carbonsäure machen und genauso für ein Aldehyd Sie können aus einem Alkohol ohne Probleme ein Aldehyd machen deshalb ist es gut wenn Sie viele verschiedene Schutzgruppen für Alkohol kennen weil dann können Sie einfach Ihre funktionelle Gruppe die Sie später mal als Aldehyd oder als Säure haben wollen als geschützten Alkohol durch die Synthese Sequenz die Sie planen durchziehen Wie man solche Synthese Sequenzen plant darüber werden wir uns nächste Woche unterhalten da beginnen wir nämlich mit dem nächsten Kapitel da geht es dann um Retrosynthese zum Abschluss heute aber möchte ich nochmal mit Ihnen über eine Naturstoff Synthese reden im weitesten Sinne die wirklich die Biochemie und die Biologie revolutioniert hat das ist nämlich die sogenannte Merrifield Peptidsynthese und das ist im Prinzip nichts anderes als eine Anwendung all dessen was wir diese Woche und letzte Woche besprochen haben das Einzige was vielleicht noch dazu kommt ist dass wir bei der Merrifield Peptidsynthese ein Polymer benutzen wir benutzen nämlich Styren oder Polystyren um genau zu sein Polystyren das habe ich in der Struktur mal hier oben hingezeichnet Sie sehen hier quasi steckt das Styren Molekül drin Styren ist nichts anderes als ein Benzolring mit einer CC Doppelbindung dran wenn Sie diese Doppelbindung alle miteinander polymerisieren zum Beispiel indem Sie das Ganze radikalisch polymerisieren dann bekommen Sie ganz viele von diesen Styren Monomeren aneinander gebunden und erhalten dann ein kleines Plastikkügelchen wenn Sie da ein bisschen Luft rein blubbern dann sind Sie beim Styropor das ist halt natürlich auch ein Dämmstoff den jeder vielleicht von zu Hause kennt aber für uns interessant sind quasi so kleine Polystyren Kügelchen mit denen wir haben haben das heißt eine benzylische Position mit einer Abgangsgruppe das heißt das ist im Prinzip so was wie eine Benzyl Schutz Gruppe am Polymer dran und da bauen wir jetzt eine solche Aminosäure dran bei der das Amin mit einer Bock Schutz Gruppe ausgeknipst ist also wo wir hier das gute Nukleophil das Amin geschützt haben und jetzt das etwas schlechtere Nukleophil das Carboxyl benutzen können um hier SN2 artig das Chlorid drauf zu schmeißen und quasi einen Benzylester zu machen oder besser gesagt einen Polymer gebundenen Benzylester zu machen jetzt kann ich als nächstes die Bock Schutz Gruppe die hier dran hängt abspalten dafür brauche ich eine Säure dann nimmt man zum Beispiel TFA also Trifluor Essigsäure in Dichlomethan für wir erinnern uns spalten und wir erhalten das entsprechende Amin und jetzt haben wir eine Aminosäure mit einem geschützten Ester und einem freien Amin und jetzt können wir daran irgendwelche Ketten aufbauen das heißt wenn wir hier quasi das freie Amin haben wir haben hier die Entschützung nochmal gezeigt dann können wir eine weitere Aminosäure nehmen wo wir die Amino Funktion als Carbamat in Form der Bock Schutz Gruppe geschützt haben dann machen wir eine Peptid Kupplung wie wir sie letzte Woche kennengelernt haben mit DCC Dicyclohexyl Carbodi mit und machen dann hier eine neue Amit Bindung und ein Amit zwischen zwei Aminosäuren das bezeichnet man auch als Peptid deshalb spricht man hier bei dieser Chemie auch von Peptid Kupplung weil man die klassischer Weise benutzt um solche Aminosäuren aneinander zu bauen wichtig dabei ist dass die Aminosäure die ich als Carbonsäure einsetzen möchte ein geschütztes Amin hat und dass die andere Aminosäure die ich als Amin einsetzen möchte eine geschützte Carbonsäure hat und auf diese Weise habe ich im Prinzip wieder das was ich am Anfang habe ich habe hier hinten eine Aminosäure mit einer Bock Schutz Gruppe und die kann weiter und so weiter und so weiter und so weiter das heißt dadurch dass ich das iterativ durchführe also immer wieder das gleiche mache kann ich quasi ein Peptid aufbauen ein Oligopeptid also eine Verbindung aus mehreren Aminosäuren und das sind natürlich für die Biologie unglaublich wichtige Verbindungen was ist aber jetzt der Trick bei diesem Harz warum ist diese Merrifield Peptid Synthese am Harz so besonders wichtig naja das tolle an dem Harz ist dadurch dass sie die Synthese an diesen Harz Kügelchen durchführen können sie quasi nach jeder Kupplungsreaktion alle Reagenzien die sie dann noch als Nebenprodukte in ihrer Soße drin schwimmen haben bei der DCC Kupplung zum Beispiel wird ja ein Äquivalent Harnstoff frei oder die Zykloexyl Harnstoff frei das können sie einfach dadurch dass sie das Ganze über eine kleine Fritte filtrieren und ordentlich mit Lösungsmittel wischen dadurch können sie diese ganzen Nebenprodukte entfernen und dann können sie gucken ob die Reaktion vollständig war und wenn sie nicht vollständig war dann machen sie einfach nochmal die gleiche Reaktion so lange bis sie vollständig war und auf diese Weise können sie sehr hohe Ausbeuten erzielen und sehr saubere Reaktionen durchführen ohne dass sie Chromatographie betreiben müssen und das macht die Chemie sehr einfach und das macht sie so einfach dass sie von einem Syntheseroboter durchgeführt werden kann und das heißt wenn sie ein Biolabor haben und keinen Chemiker da haben der Synthese kann dann können sie trotzdem Peptide machen ich hätte gern morgen das Peptid aus zweimal Alanin zweimal Glycin und einmal Histidin und dann geht dieser Syntheseroboter über Nacht an die Arbeit sie gehen schön ins Kino und schlafen sich ordentlich aus kommen am nächsten Morgen ins Labor und können dann einfach ihr fertiges Peptid vom Harz abspalten da müssen wir vielleicht noch kurz darüber reden wie spaltet man das Peptid vom Harz ab wenn ich das hier auf dem Harz aufgebaut habe kann ich einfach mit HF hier diesen benzylischen Ester abspalten ich erhalte die freie Carbonsäure und auf der anderen Seite das Amin das heißt ich habe auf diese Weise das Peptid das ich haben möchte und das ist natürlich toll dass Sie kein großes Synthese Know-how brauchen sondern einfach einem Automaten sagen können machen wir doch bitte dieses Peptid und am nächsten Tag damit irgendwelche tollen biologischen Experimente machen können und das hat so die große Biotech Revolution würde ich mal sagen zumindest mit angetrieben gut in diesem Sinne Peptide kann man heutzutage schon automatisch machen für andere Moleküle also kleine Arzneimittel oder irgendwelche spannenden Pflanzenschutzmittel oder irgendwelche supramolekularen Leganden wie sie hier an der Uni Essen gemacht werden Dafür braucht man noch Synthese Chemiker und deshalb beschäftigen wir uns nächste Woche mit dem grundlegenden Konzept der Synthese Planung nämlich der Retrosynthese Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal eine schöne Restwoche und viel Erfolg beim Lernen Bis dann Tschüss